So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO! Wir haben wieder ein kleines Gewinnspiel für euch vorbereitet, denn es ist Dienstag. Das heißt, ihr habt wieder genau eine Woche Zeit, jetzt vom Dienstag bis zum Montag dran teilzunehmen. Denn am Montag, nächste Woche bei Chill mit Ramses, wird das Ganze wieder aufgelöst, ausgelost um 21 Uhr. Montag ab 20 Uhr Chill mit Ramses, ab 21 Uhr die Verlosung. Ich sag's jetzt schon mal direkt am Anfang, weil sowieso dann am Montag immer die Leute reinkommen, Hey, wann ist die Auslosung? Das ist immer so. 21 Uhr. Wenn wir was verlosen, dann ist 21 Uhr Auslosung, Verlosung, wie auch immer. Wir haben jetzt letztens am Montag Shinies verlost. Fünf Luftballon-Pikachus aus Okinawa, weil die eine andere Farbe hatten als bei uns die. Das kam sehr gut an wieder mal, weil das einfach richtig coole Pikachus sind. Finde ich besser von den Farben her als unsere. Und was wir schon lange nicht gemacht haben, eine Account-Verlosung. Und bis ich jetzt die ganzen Trades durch hab mit den Gewinnern und alles, um nicht noch mehr Chaos reinzubringen, verlost man lieber einen Account. Da muss man nämlich mit niemanden leveln und tauschen und machen, da kann man den einfach weggeben. Dieser Account ist nicht von mir. Der Account ist vom Stefan Landei. Aber nicht sein Main-Account, sondern ein kleinerer Account von ihm. Kleiner heißt hier in dem Beispiel Level 41. Den kann man ja hier mal so drauf machen, mal kurz so zeigen. Das ist das Osterei 69. Vom Landei 69 ist Level 41. Ist Team Rot. Den hat er mir zur Verfügung gestellt, denn ich glaube, er spielt nicht mehr so aktiv. Ich weiß nicht, ob er überhaupt noch spielt. Aber einige von euch kennen ihn natürlich. Stefan Landei war damals auch bekannt, als er diese No-Gym-Aktion gemacht hat mit einem Account. Hat geguckt, dass er einen Account ohne Team auf Level 40 hochzieht, so schnell wie möglich. Da haben wir natürlich immer Werbung gemacht. Es gab den Freundschafts-Co. Ihr habt den alle geedit. Ihr habt alle zusammen mit ihm gelevelt. Ihr habt ihm da geholfen. Das war richtig genial. Und ohne Team konnte man ja auch nicht bewerten. Dann gab es ja diese Funktion, dass man einfach zum Beispiel 4 Sternchen eingibt. So konnte man trotzdem überprüfen, ob man 100% Pokémon auf der Tasche hat. Und jetzt hat er mir diesen Account geschickt und hat gesagt, wenn ich Bock habe, könnte ich den verlosen an die Community. Sind auch 68 Freunde noch drauf. Vielleicht ist sogar einer von euch noch befreundet mit dem Account. Wir können ja einfach mal ganz kurz hier reingucken. Das würden nämlich jetzt die wenigsten interessieren, mit wem der so befreundet ist. Wir haben hier Spiegelei, 73. Da wissen wir, dass es auch noch einer. LandEye69, das ist der große Account von ihm. Der ist gelb und 48. Wichy, GottlikeEvi, JimHunter, Lakaien, LilPapo, Inspirion, Diloitupe, MaxPowermon, Vuzo, Alex, Venni, Lakaien, KingVeryx, Agi, DynamoDresden, Raidmaster, Matze, Norddex, Pikatia, Mels, Uli, Kunderbund, Christian, Lakaien, Egon. Egon. Manja, Power, Tim, Breitster, René, Struppi, CS, Venni, Navarone, Niklas, Blau, Ilandau, Misoto, Misoto, Misotora, Struppi, Jan. Der sagt mir was. Tora, Mäh, Maus, Bär, Bratz, Jackie, Flop, Black Hornet, Amanda, Force, Force, Silence, Hempels, Max, Crafter, Sakura, Metsche, Miss Monchi, DK, Kleine, Fahrer, Asterix, Dark Angel, Mbex. Mbex, habe ich glaube ich auch schon mal gehört. Niki, Lausi, René, Stlager, Nerala, Sanni, Brot, Philipp, Wunsch, Zementi, Aiwarpikant. Aiwarpikant kenne ich auch, das ist einer von mir. Also der Account ist sogar noch mit einem von mir befreundet. Ansonsten zwei Leute, die ich schon mal gehört habe und sein Landei ist auch noch mit drauf. So, was ist jetzt interessant für euch? Was wollt ihr da sehen? Medaillen, sonst was? Die Medaillen, alles was den Account sonst noch so ausmacht, könnt ihr euch ja in Ruhe angucken. Wir wollen jetzt mal, Items sind auf 700, okay. Pokémon sind auf 1100. Im Shop gibt es noch 4214 Münzen. Das ist auf jeden Fall mächtig. Vielleicht können wir hier sogar die Eventbox abholen. Ja, da kriegt ihr jetzt noch einen Fanrate Pass mit rein. Und wenn ihr den dann bekommt, nächste Woche am Montag, könnt ihr die Montagsbox auch abholen. Also habt ihr schon mal einen Raid Pass dabei. Einen Fanrate Pass, 48 Rauch, ein Glücksei. Da ist eine Top-Lade-TM. Da ist noch vier Sonderbonbons. Ein XL, zwei Fanrate Paces sind jetzt drauf. Acht Rocket Radare, ein paar Bälle, ein paar Module, ein paar Bärle, silbernes Knuspe. Da ist ein bisschen was für den normalen Spieler, der Bock hat, was zu machen. Was die meisten jetzt interessiert, sind wahrscheinlich die Legendären und die Hunderter und die Shinies und was auch immer so drauf ist. Wir gucken jetzt einfach mal direkt auf vier Sternchen und schauen uns mal die 100% Pokémon an, die wir hier finden. Wir haben einen Pikachu aus einer Safari, beziehungsweise aus der Abenteuerwoche, beziehungsweise aus, was weiß ich. Der Account wurde nie gespooft. Das ist alles legit gefangen. Gefangen in Köthen, Anhalt, Sachsen, Anhalt, Deutschland. Das ist auch ein cooles Pikachu, wie ich finde. Als Hunderter hier dabei. Da eine Nidoqueen. Da sind auch etliche hier durch den Glückstausch 100 geworden. Wer da was braucht. Hier könnt ihr auch noch eine Mega-Entwicklung vielleicht dann machen mit dem Gengar, weil es ein Hunderter ist. Ihr habt da Kokowai, Alola Kokowai. Ihr habt hier einen fetten Brummer, mit dem wir ordentlich drauf prügeln können. Dann ein Registil als Hunderter, auch Lucky-Legendäres, was ihr wohl für GBL gut nutzen könnt. Da haben wir noch andere Konsorten. Da ist noch ein Knarxel dabei, den ihr mal entwickeln könnt. Hier ist ein Giratiner mit Flügeln als Hunderter. Noch ein bisschen Startergedöns. Hier ein Bierbauch, Grebbit. Und eins der Highlights, wohl auch dieses 100% Regierahmen, auch als Glücks in einem Lucky-Trade entstanden. Was ihr euch dann noch ein bisschen zurechtziehen könntet. Jetzt gucken wir mal generell auf die Legendären, die drauf sind. Weil das ist ja, viele nutzen solche Accounts ja immer zum Ausschlachten. Die sagen, ah, ich habe noch kein Mewtwo. Kann mir jemand ein Mewtwo traden? Und so könntet ihr jedes Mewtwo, was da drauf ist, nehmen und euch rüberziehen. Hätte ich mich lieber mit dem angefreundet. Ich brauche doch noch 100%. Ja gut. Das Älteste hiervon wären natürlich die Vögel sein. Die habe ich jetzt alle 3 als 100%. Ihr habt also Arctos, habt ihr alles da. Auch Shiny Arctos. Ihr habt Zapdos dabei und Shiny Zapdos. Ihr habt Lavados dabei und Shiny Lavados. Ihr habt Mewtwo dabei. Gute Mewtwo, schlechte Mewtwo, Glücks-Mewtwo. Shiny Mewtwo. Ihr habt Raikou dabei von den Raubkatzen, auch als Shiny. Entei auch dabei als Shiny. Suikun ist hier dabei. Lugia dabei, auch als Shiny. Ho-Oh. Rigi-Rock. Rigi-Eis. Rigi-Steel auch als Shiny. Latias Latios. Auch beides in ihren Shiny-Varianten dabei. Wir haben ein paar Kyokre drauf, auch als Luckys. Ein paar Groudon, auch als Lucky. Ein paar Raikwaser ohne Shiny. Wir haben Selve, Tobus, Vesprit. Wir haben Dialga und Palkia. Wir haben Heatran drauf. Wir haben Rigi-Gigas. Wir haben geflügelte Giratina mit Shiny-Varianten. Wir haben Grysilja und Grysilja-Shiny. Ihr habt Cobaldium. Ihr habt Terrakium auch als Shiny dabei. Wir haben Viridium. Wir haben den Boreos auf Wolke und als Tiergeist. Wir haben den Volgolos auf Wolke als Tiergeist und als Shiny-Volke. Regiram habt ihr schon gesehen. Sekrom ist dabei. Demeteros auf Wolke und als Tiergeist. Kyurem ist dabei. Und Xeneas ist dabei. Also das ist auf jeden Fall mehr, als viele andere haben. Also wer jetzt Level 50 Spieler ist, der wird sagen, gut, habe ich alles selber und ihn besser. Aber wenn ihr jetzt hier Level 30 seid und braucht noch einen zweiten Account zur Verstärkung, dass ihr mit zwei Accounts auch mal dreier Raids alleine machen könnt oder dass ihr euch selbst aus Arenen werfen könnt oder irgendwas, irgendeinen Nutzen oder wenn es halt nur zum Ausschlachten ist, werdet ihr schon finden. Jetzt gucken wir uns mal die Shinies an, die so drauf sind. Auch geordnet nach Pokédex. Ihr habt hier Shiny, mieser Samen. Raupi ist dabei. Honlyu. Die Entwicklungen durchweg gehen. Da sind Ratten. Da sind Nidoransenretter. Nochmal hier mit Neu-Asut ist das, glaube ich. Genau. Pummel-Luf. Zubat. Auch sehr cooles Shiny, wie ich finde. Hier hast du wieder Seaday gedönst drauf. Was ist noch cool? Die Legendären. Dann können wir euch ja alle drei nochmal groß zeigen. Also Arctos, Zapdos, Labados als Legendäre drauf. Hier ist noch ein kleines Trattini. Da ist ein Mewtwo auch mit dabei. Hier habt ihr ein Baby-Shiny mit Blumenkranz vom Pichu. Was für viele auch einen guten Wert hat. Hier ist ein Shiny Skaraborn drauf. Als männliches. Jetzt muss ich erstmal gucken. Ja, das Weibliche hat ja so ein Herz. Also das ist vielleicht für viele interessant, die das nicht haben. Dann habt ihr natürlich die Raubkatzen, wie gesagt. Zwei davon. Und Luke ja als Shiny drauf. Wir haben das Celebi-Shiny. Das wurde auch mitgenommen. Dann ist wieder so ein bisschen Seaday gedöhnt. Ihr habt noch Baby-Shiny. Ihr habt ja Metagross-Shiny-Lucky. Das habe auch alles gezeigt. Weiter hier Seaday-Sachen. Da ist noch ein Kaumalad dabei. Da sind wieder die anderen. Da ist das. Da ist hier. Und auch zwei Meltan. Meltan gibt es ja momentan wieder nicht als Shiny. gibt es immer nur in bestimmten Events, dass das mal als Shiny verfügbar ist. Wer also keins hat, könnte sich sogar auch hier eins rüberholen. Und ansonsten, wenn wir so mal durchgehen, die Pokémon, die sonst drauf sind, habt ihr hier noch so ein Halloween-Bisa-Samen. Also was so ein Kostüm anhat. Hier sind sicherlich viele dabei. Auch mit Seaday-Moves, die ihr auch mega entwickeln könntet. Da sind ein paar Gloraxe am Start. Da habt ihr die verschiedenen Stader mit diversen Kostümen, die die da auf hatten. Da habt ihr lauter kleines Gedöns. Da habt ihr Pikachus in allen Sorten und Varianten. Auch mit verschiedenen Mützen. Mit Lucario-Hut. Mit Nachthara-Hut und sowas. Hier ist eins mit Balkon. Zum fünfjährigen Jubiläum. Habe ich jetzt Balkon gesagt? Genau. Ähm, bla bla bla. Da da di da do da da ba da bu. Dann gucken wir mal weiter. Da sind sogar ein paar Kryptos. Die Kryptos habe ich mir gar nicht angeguckt, was die jetzt für Werte haben. Aber das wäre jetzt... Ihr könnt ja das alles in Ruhe euch angucken, falls ihr den Account gewinnt. Oder ihr macht kurz mal Pause. Schaut das euch nochmal in Ruhe an. Hier Alola Kleinstein. Ist ja auch der nächste Cedar jetzt am Wochenende. Dann noch ein paar Galler-Dinger dabei. Ein paar Render, Slimers, Nebulaxe, Krabbi, Kingler, hier Alola, Knogger, Schlurps. Der war mal selten, weil es den auch nur aus Raids damals gab. Ganz kurz, dann war der wieder weg. Konnte man jetzt auch so bekommen. Also... Gibt bestimmt Leute, die keinen Galler-Smog-Mog haben. Ich schwöre! Waller, Bruder, Mashallah, alles dabei, was ihr so habt. Und was haben wir noch? Was haben wir noch? Tauros. Weil immer gesagt wird, ja, Tauros, ne. Ich denke, der Account hat nicht gespooft. Das ist ja auch aus einem Ei geschlüpft. Da gab es nämlich damals die Einführung, dass die aus Eiern gekommen waren, sind gefangen in der befristeten Forschung. Aha, Hessen, Wiesen, äh, Wiesen, ja. Ja, Tauros ist da auch drauf. Siehst du, nach dem Kontinentale, dann sehe ich, haben wir jetzt gar nicht geschaut. Da sind viele Sachen drauf. Das ist jetzt nicht der mega krasse, heftigste Account. Und dafür hat er ja in letzter Zeit nicht mehr gespielt. Und viel ist flöten gegangen. Vieles ist da durch die Lappen gegangen. Vieles wurde verpasst. Aber ihr wisst bei Pokémon Go, es kommt ja alles wieder. Man hat nie wirklich was verpasst, weil alles wiederkommt. Und so habt ihr ja die Möglichkeit, den Account weiter zu bestücken, aufzuwerten. Wenn ihr sagt, ach, euer Account ist Mist, ihr wollt jetzt den nehmen und mit dem spielen und den als euren Hauptaccount nutzen. Oder ihr sagt, nö, ich schlachte den aus und dann verkaufe ich ihn bei Ebay. Nein! Könnt ihr auch probieren oder machen. Viel Erfolg. Dann haben wir hier noch hier und da. Dann haben wir noch dort und jenes. Also, ich will nicht, dass das Video so lange geht. Es geht eh schon wieder so lange. Deswegen scrollen wir nur noch weiter ein Stück durch. Da ist ein Hund. Okay, cool. Da war ein Vogel. Lustiges Tierraden. Da war ein... Eine Blume. Genau. Mir ist jetzt nichts anderes eingefallen. Da war noch eine Schlange da. Für jemanden, der Schlangen mag. Der kann doch gerne die Schlange mitnehmen. Da ist ein... Was sagt man dazu? Weiß man nicht. Da ist ein Stück Schrott. Genau. War das? So, wir sind jetzt bestimmt gleich unten. Junge, 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 Junge. Korknodorn. 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 Da kommt schon wieder Natururin aus einem raus. Da sind noch ganz viele Kau-Malats drauf. Vielleicht kann man die auch noch wegtauschen. Riolus sind auch am Start. Okay. Die Babys. Die Bibi. Hadi, Schatz. Die Babys. Sino-Entwicklungen hier unten noch. Jetzt sind wir aber gleich am Ende. Hoffe ich. Sind wir gleich... Alter, dieses iPhone. Jetzt reicht's. Ich denke, ich komme damit klar irgendwann. Aber ich sehe es noch nicht. Praktibalk. Hey. Der ist sogar... Wenn der Lucky ist, heißt das natürlich, dass ihr den dann kostenlos entwickeln könnt und euch die 200 Bonbons spart. Ja gut, das ist vielleicht jetzt nur schlau für Leute mit zwei Handys, wenn man sagt, ihr könnt euch dann auch so ein bisschen hin und her dugkeln. So, Klick. Okay. Klick die Klack. Jetzt sind wir hier unten. Kapuno. Junge, seid halt endlich fertig. Der Account hat viel mehr zu bieten, als ihr denkt. Da ist sogar Genesek drauf. Wir haben uns nämlich die Mysteriösen gar nicht angeguckt. FM ist Aura am Start. Das ist das letzte, was man hier sieht. So, was müsst ihr jetzt tun, aber um den Account zu gewinnen? Natürlich schreibt ihr wie immer einen Kommentar unter dieses Video. Das ist ja Voraussetzung, wann unter den Kommentaren, die unter dem Video stehen, der Account verlost wird. Ich brauche einmal Angabe von eurem Trainernamen, dass man das zuordnen kann, wer ihr seid. Wäre halt schön, wenn ihr das so 1, 2, 3 in Punkten untereinander schreibt. Erstens, Trainername von euch, das ist immer wichtig, das brauche ich. Zweitens, wenn ihr den Account gewinnen wollt und mitmacht, schreibt mal beim zweiten Punkt hin eine Begründung, warum ihr den gewinnen wollt. Ob ihr den ausschlachten wollt, ob euch ein bestimmtes Shiny davon interessiert, ob ihr euch ein paar Legendäre rüberknallen wollt, ob ihr sagt, ihr wollt ihn weiterspielen, ob ihr sagt, ihr seid gelb und braucht einen roten, um euch aus den Arenen zu hauen. Warum wollt ihr den Account gewinnen? Was ist euer Antrieb, hier mitzumachen? Da könnt ihr natürlich auch reinschreiben, wie euer Account so ist, wenn ihr sagt, ich bin Level 30 und ich würde den gern gewinnen, damit ich eben Duo-Rates machen kann. Und als drittes natürlich den Hashtag für das Gewinnspiel und das wird einfach so sein wie der Name, nämlich Osterei69. Also dritter Punkt, Hashtag Osterei69, genauso wie es hier geschrieben ist, genauso wie der heißt. Und dann wird unter allen, die diese drei Punkte erfüllen, das am Montag ausgelost, bei Chill mit Ramses, den Livestream am Montag. Der beginnt 20 Uhr und die Auslosung findet um 21 Uhr statt. Damit ist jetzt alles gesagt. Theoretisch könnte ich den auch noch auf Level 42 spielen, aber ich will gar nicht so viel daran machen. Ich will den so einfach übergeben, wie der ist, ohne dass ich dann meine Finger noch mit im Spiel hatte. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut. Euer Ramses, viel Glück beim Gewinnspiel. Mal gucken, wer alles mitmacht und was ihr mit dem Account vorhabt. Danke und Grüße nochmal raus an Stefan Landei für die Bereitstellung des Accounts. Und ich habe von ihm immer noch so ein richtig fettes Filmbox-Paket hier stehen, was er mir geschickt und geschenkt hat, weil er seine Filmsammlung aufgelöst hat. Das muss ich mir auch irgendwann nochmal angucken. So, das aber dazu. Bis zum nächsten Mal. Peace out, vorhaut. Euer Ramses.